Kann man aus einer Investition von 100 Dollar in Cardano, ja, 100.000 daraus machen? Also 100.000 Yers-Dollar oder 50.000 Yers-Dollar. Was ist überhaupt möglich mit 100 Dollar, ne? In diesem Video gehe ich mal darauf ein, weil ich habe für euch was Besonderes vorbereitet. Eine Theorie eines Spinners, würde ich schon mal fast sagen. Wie gesagt, hier geht es darum, was würde passieren, wenn man 100 Dollar an relevanten Cardano-Levels investieren würde und wo das Ganze hingehen würde von 2024 bis ungefähr 2032. Dafür mache ich mal meinen Chart hier auf, beziehungsweise meine Tabelle. Eins, zwei, drei, los geht's. Ich habe das gezählt, damit ich das synchronisieren kann, ohne zu schneiden. Und zwar, gleich, ihr könnt schon mal hier die Zahlen sehen, für die Leute, die das auch ohne Erklärung raften, viel Spaß dabei, die auch eine Erklärung brauchen, mache ich gerne, weil es ist chaotisch, ist chaotisch. Also, gehen wir mal die Tabelle durch, erklären wir die Bereiche. Zum einen, dieses gelbe Feld, monatliche Investment in ADA, heißt eigentlich nicht monatliches, das heißt Investment in ADA, so, Investment in ADA, 100 Dollar, ja, an relevanten Levels für Cardano. Das wären dann 40 Cent, 20 Cent, 15 Cent und 15 Cent. Warum? Weil, laut meiner halblebigen, würde ich schon fast sagen, Chart-Analyse, würde ich sagen, dass der relevante Level irgendwie bei 40 Cent ist. Das haben wir vor kurzem ungefähr, vor ein paar Wochen angekratzt. Dann der nächste Level wäre ungefähr bei 15 Cent, dann der nächste Level wäre bei 10 Cent und der nächste Level bei 5 und dann natürlich weiter runter zählen wir nicht. Aber, man geht davon aus, bei dieser These-Theorie geht man davon aus, dass Cardano-Preis runter geht, beziehungsweise Bitcoin-Preis runter geht und Cardano-Preis genauso weiter folgt und dann irgendwann mal hier drauf knallt und hier drauf knallt und hier drauf knallt. So, das ist so die Theorie, ja, das Ganze habe ich hier eingegeben, 40, 20, 15 und 15 Cent. Hier kann man das sehen. Ja, dann hat man pro Level ein Investment von 100 Dollar. Das wäre dann gesamte Investition von 400 Dollar, wenn man an diesen vier Levels jeweils 100 investieren würde, ja. Und dafür würde man insgesamt 3.417 Cardano bekommen. Rein theoretisch, das ist alles Theorie, ne. Und jetzt gehen wir diesen Bereich durch, weil das ist ein bisschen chaotisch und ich glaube, das muss ich hier erklären. Und zwar, wir haben hier drei Bereiche. BTC 150.000, Bitcoin 300.000, Bitcoin 600.000 und dann eben diese ETH 6,51. Was ist das überhaupt? Also, ich gehe davon aus, dass 2024, 2028 und 2032 wird ein Bitcoin-Huffing passieren. Und dieses Bitcoin-Huffing bedeutet für Bitcoin im Endeffekt laut der Vergangenheit, dass der Preis des Bitcoins, des Allzeithochs, ja, verdoppelt sich mindestens, ungefähr mindestens, ja. Und in Theorie, wenn sich Bitcoin verdoppelt, dann würden Altcoins mindestens das Doppelte, wenn nicht dreifache machen, mindestens, ja. Wir sind aber, oder ich bin sehr konservativ hier und sage ungefähr so das Doppelte, ne. Oder ich passe das genau an Bitcoin ein. Sprich, wenn Bitcoin doppelt macht, macht Cardano auch doppelt. Obwohl das rein theoretisch viel höhere Resultate zu erwarten wäre. Also, ich gehe davon aus, dass Bitcoin beim nächsten Huffing ungefähr 2024, 2025 bei 150.000 US-Dollar sein wird. Das wäre ungefähr 2,17 Mal von letztem Bitcoin-Allzeithochpreis. Letztes Mal war es um 60 oder sowas, ne. Und 2,17, äh, 1,7 wären es 150.000. Das gleiche passiert bei 300.000, wenn Bitcoin bei 300.000 ungefähr ist. Das wäre dann 4,34 Mal und bei 600.000 wären das 8,69 Mal, ja. x in dem Sinne, steht hier. Und was ich gemacht habe, ich habe den Cardano Allzeithoch genommen, den letzten. Das war bei 3 Dollar. Also, ich habe aufgerundet, das war 2 Dollar, was, 98 oder so. Ich habe auf 3 aufgerundet und habe gesagt, okay, der letzte, der letzte Alltime-High war bei 3 Dollar. Was wäre Cardano Alltime-High, wenn Bitcoin bei 150 steht? Und dann habe ich eben diesen Preis von 3 Dollar auf 2,17 multipliziert. Und hier habe ich Cardano Alltime-High von 3 Dollar auf 4,34 multipliziert. Und hier dann auf 8,69. Und so ergibt sich, dass, wenn Bitcoin bei 150.000 US-Dollar ist, der Cardano Alltime-High wäre theoretisch 6,51 Dollar. Und wenn Bitcoin dann bei 300.000 Dollar ist, wäre Cardano Alltime-High ungefähr bei 13 Dollar. Alles Theorie, Leute, richtig? Und dann, wenn Bitcoin bei 600.000 Dollar ist, wäre Cardano Alltime-High ungefähr bei 26 Dollar. Wie gesagt, krasse Zahlen, aber alles Theorie. Kann das passieren? Ja. Kann das nicht passieren? Ja. Man weiß es nicht. Wir spielen jetzt nur ein bisschen mit den Zahlen rum. Also, was würde dann passieren? Würde ich, man, angenommen, Cardano geht jetzt runter auf 5 Cent. Ich kaufe da ein bei 100 Dollar, blablabla, blablabla. Ich gebe insgesamt 400 Dollar aus und dann geht es irgendwann mal hoch. Im nächsten Bullrun wären, zum Beispiel, wenn Cardano 3 Dollar wieder ankratzt, praktisch diesen Level, was es schon mal ja gemacht hat, hier ungefähr, ja. Von hier geht es hier hoch, ja. Dann wäre diese Investition von 400 Dollar, wäre 10.000 Dollar wert. 25 X, Leute. Stellt euch das vor. Boom. 25. Ist das? Oder labere ich scheiße? Ja, ungefähr. Ja. Warte mal. Ist das nicht alles? Ja, 400 Dollar wären 500, ja, genau. Im Endeffekt, ja. Warum 25 X? Weil wir an verschiedenen Levels eingekauft haben. Ich muss erst echt gut nachdenken, ob ich da irgendein Problem oder Fehler in der Kalkulation habe. Nein, habe ich nicht. So. Und angenommen, Bitcoin geht dann auf 150.000, circa in 2025. Bitcoin geht auf 150.000 hoch. Wird Cardano meiner Meinung nach theoretisch auf 6,50 Dollar sein, ja. Die Investition von 400 Dollar wäre wert 22.000 Dollar. Leute, 22.000. 4 rein, 400 rein, 22.000 raus. Krass, ne? Angenommen, Bitcoin geht dann irgendwann auf 300.000 Dollar hoch. Und Cardano folgt fleißig 1 zu 1 zu Bitcoin, was meistens ja das Doppelte oder das Dreifache ist. Aber wir sind ja konservativ, deswegen 1 zu 1. Wer diese Investition von 400 US-Dollar wäre 44.000 Dollar wert, also knappe 45. Das sollte man sich vorstellen. Und wenn Bitcoin 600.000 Dollar ist, ja, und Cardano dann fleißig folgt, 1 zu 1, ja. Wer Investition von 400 Dollar ungefähr 90.000 Dollar wert. Nun, was gibt es hier denn zu beachten? Also zu beachten gibt es hier zwei Sachen, beziehungsweise drei. Das ist ein komplett unvorbereitetes Video, ich habe nichts vorgeschrieben, das ist Freestyle alles. Also zum einen, wird Cardano hier runterknallen. Wird Cardano jetzt, wir sind bei 50 Cent ungefähr, wird es runtergehen auf 40 und dann auf 15 und dann auf 10 und auf 5. Das weiß keiner. Aber ich gehe davon aus, falls Bitcoin doch weiter runter geht, ja, weil jetzt ist ja gerade auf, glaube ich, 24.000 US-Dollar. Und falls Bitcoin doch weiter runter gehen sollte, wird Cardano folgen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn Cardano irgendwann bei 15 Cent da ist, um diesen Strich, diesen Kerzen dort anzutesten. Wäre ich nicht überrascht. Ja. Deswegen die Kalkulation, versteht ihr? Man kann nicht davon ausgehen, dass es passiert, aber falls es passiert, wäre das eine schöne Rechnung, denke ich mal, richtig? Was kann man denn sonst noch machen? Rein theoretisch, man kann sagen, pass auf, ich investiere bei 40 Cent, wenn Cardano jetzt bei 40 Cent ist, ja. Ich investiere ungefähr bei 40 Cent. Und Cardano-Preis steht bei 40 Cent, 5 Wochen lang. Dann investiert man jede Woche 100 Dollar rein, ja. Und dann rein theoretisch, aus diesen, wenn man das hier komplett als ausblendet, das hier, ja. Und sagt, der Cardano-Preis geht nicht mehr runter. Dann wären diese 40 Cent, ja, dann irgendwann mal, wenn Cardano 3 Dollar wert ist, wieder mal, wären diese, äh, wären, sorry, total durcheinander gekommen. Bei 40 Cent würde man 100 Dollar investieren. Dann wäre diese, ja, Investition beim All-Time-Hive von 3 Dollar hier, ja, wo wir schon mal waren, höchstwahrscheinlich, ne. Ähm, wer diese 100 Dollar, 750 Dollar wert, das sind 7,5 X, ja. Und wird man das gleiche, bei 40 Cent, sagen wir, der Preis steht bei 40 Cent, wird man 5 Wochen hinterher bei 40 Cent investieren. Warum auch immer, der Preis steht bei 40 Cent für 5 Wochen. Und man kauft jede Woche 100 Dollar bei 40 Cent ein. Wären ungefähr 500, hätte man 500 investiert und das Ganze dann in was, ähm, 3,5 Tausend ungefähr gedreht. Ich glaube, das ist ziemlich gute Risk-Reward-Ratio. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich möchte auf jeden Fall von euch wissen, und hört zu, äh, ob dieses Video Bock macht, anzuschauen. Es ist sehr chaotisch, weil so viele Zeilen zu erklären, in meinem Kopf macht's mehr Sinn, als ihr denkt. Aber zu erklären, weiß ich nicht, ob ich jetzt eine gute Arbeit gemacht habe. Falls ich eine gute Arbeit gemacht habe, ja, schreibt mir in die Kommentare. Zack, zack, cool. Wir wollen noch andere Coins sehen und dann Coins-Beispiele oder sowas. Und dann mach ich mich mal ran. Und falls nicht, ist es mir auch egal, dann versuche ich nochmal ein Video zu machen, wo man ein bisschen strukturierter das erklären konnte. Auf jeden Fall. Leute, ich hoffe, das macht für euch Sinn, diese Kalkulation. Das macht sehr viel Spaß, äh, ungefähr so lange Sicht vorauszusehen. So, zu sagen, was ist, wenn in 5 oder 10 Jahren? Das ist ja alles Theorie. Wir spielen ja eigentlich nur mit Theoriezahlen hier alles, ne? Was ist, wenn? Ne, und, äh, für mich, äh, persönlich gibt es so einen kleinen Ankerpunkt, wo die Reise ungefähr hingehen könnte. Und nicht nur auf irgendwie den nächsten gehen von 15% zu warten und dann abzustoßen. Ja. Auf jeden Fall. Abonnieren, teilen, liken, TikTok, Telegram, alles in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall. Bis bald. Tschüss.